Hola Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raid. Oh, das Kaninchen ist ja total süß. Ähm. Jetzt hat es einen Pfeil im Kopf. Wir brauchten leider das Fell von dir, kleiner Herr Hoppel. So. Jetzt würde ich sagen... Wir gehen einfach mal weiter. Ich finde es schön, dass das Spiel so linear ist und man nicht irgendwie 50 Quests zur Auswahl hat. Ist mal eine nette Abwechslung. Aber habe ich ja schon gesagt. Das ist mal eine große Fläche hier. Da geht es weiter. Wir haben alles voll. Wie kann ich denn nochmal Heilung craften? Wie ging das? Dokumente, Relikte, Ressourcen. Ah, hier sehen wir, wie viel Wildschweinfett. Ah, okay. Wie kann ich denn Heilung craften? Irgendwie ging das. Oh, da könnte ich mal einen Giftpfeil machen. Mann. Ich will jetzt was herstellen, damit wir mehr Zeug sammeln können. Ach ne, das ging ja nicht einzusammeln. Ich habe echt ein Kurzzeitgedächtnis, ne? Ich wollte gerade schon wieder den Strauch versuchen einzusammeln. Tja, vermutlich von da rechts, wo es so blau und rot leuchtet. Wo wir hier ganz... ...subtil darauf hingewiesen werden mit der Seilbahn. Wie kann ich dir denn helfen? Wer sind sie? Das klären wir später. Wenn sie antworten wollen, hören sie gut zu. Wir konnten den alten Funktorn zerstören, aber es gibt Repeater, über die sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen sie mir. Und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ähm, ja? Ich werde nach ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ah, es gibt doch optionale Missionen. Mhm, mhm. Oh, okay. Wird ja ganz schön viel markiert jetzt. Ist das ein Lager? Wow, wir haben ein neues Lager gefunden. Yay! Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Okay. Ja, mach das auf. Wir brauchen einen Dietrich. Okay. Wir gucken uns mal hier oben hin. Nein, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch gar nicht angefangen. Sag mal. Das ist ein bisschen ungenudriger Typ. Sag mal ran. Da liegt Munition. Munition. Okay. Hier haben wir wieder was zum Lesen für euch. Jibbi. Okay. Ja gut. Da können wir ja nur einen Schuss absetzen mit dem Bogen. Und ich sage, gehen wir mal los. Sind hier Tiere? Ja, hier sind Tiere. Okay, das Gebiet hier ist jetzt doch recht offen, ne? Ich habe mich gerade noch gefreut, dass das Spiel so linear ist, ne? Oh, optionales Herausforderungsgrab ist hier irgendwo. Nehmen Sie den nahegelegenen Eingang. Okay, das Ding machen wir hier mal kaputt, würde ich sagen. Ja. Das sollten wir auch tun. Hier scheint es kalt zu sein. Wo ist das nächste Ding denn? Oh yeah. Da hinten. Was sind das hier für Bimmeldinge ja schon wieder. Red ich mal um. Dann können wir auch hier hoch. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Eine Höhle. Hier muss ich doch rein. Hier könnte doch das Grab sein. Und diese Gräber, die finde ich immer am Kunst. Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden. Gehen wir mal hier lang. Ja. Ja. Oh, ein Fähigkeitenpunkt. Okay. Ja. Fähigkeitenpunkt. Kannst du wieder hochgehen? Bitte? Ich weiß ja nicht, ob wir da lang sollten. Hä? Wenn ich da jetzt runtergehe. Ah, ich seh's. Hier können wir uns reinhaken. Ha. Habe ich eben gar nicht gesehen. Da wäre ich jetzt schon fast wieder zurückgegangen einfach. War sowas. Ich dachte nämlich schon, da runter springen wird's wohl nicht sein. Hä? Oh. Hä? What the fuck? Was war das denn? Die Richtung habe ich aber nicht gedrückt. Oh. Na toll. Hoffentlich spawnen wir da direkt wieder unten. Bitte. 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 Das Ding haben wir jetzt schon. Okay. Geh erstmal ganz runter, Süße. Und dann versuchen wir das nochmal. Okay. Das hat funktioniert. Ah. Eieiei. Wir sind da. Wo geht's hier lang? Irgendwo nach oben. Naja, wir wollen ja nicht schon wieder raus direkt. Lass mal hier gucken. Was hier so zu tun ist. Hm. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Und los geht's. Ähm. Das Stand, ich soll mich loslassen. Das Stand, ich soll mich fallen lassen. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Oh. Okay. Schafft. Ist das jetzt richtig hier? Ein Ölfass. Ja. Ja. Ein Ölfass. Na, wenn sie das schon so sagt, muss ich da doch bestimmt drauf schießen. Und hier liegt sogar Munition, falls ich's vermasseln sollte. Ah. Jetzt ist hier offen. Sehr gut. Ein Lager. Jippie. Dann können wir doch direkt unseren Fähigkeitenpunkt ausgeben. Können wir hier noch... Hm. Oder hier was? Ähm. Hm. 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 Ich weiß es nie so genau. Wurfobjekten und Munitionen. Ich glaube, wir bleiben mal hierbei. Was ist eigentlich mit diesen Waffen-Upgrades? Hm. Wir haben ja irgendwelche Teile gefunden, nämlich. Dann frage ich mich noch, wofür die gut sind. Ach, da geht's auch gar nicht weiter gerade. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Ach, okay. Ich muss wieder da rauf. Ja. Die alte Zisterne. Sehr, sehr cool, finde ich. Oh. Eieieiei. Mäuschen. Da wieder hoch, bitte. Erstmal hier hoch. Wow, natürlich. Jetzt ist es kaputt gegangen. Da kannst du nicht hoch. Okay. Aber hier. Ja, und jetzt? Kommen wir da jetzt hin? Hm. Mal schauen. Ach, hinten ist noch eins. Das war doch geplant, dass das so nicht funktioniert. Ist ja wieder ein Ölfass. Ja, aber wie mache ich die kaputt? Ah, ich kann das bestimmt da hinstellen. Ja, perfekt. Und wie stelle ich das jetzt hier ab? Oh. Oh, ei, ei, ei. Wir gehen mal in Deckung. Sicher ist sicher. Ach, Pfeile. Sag mal, ertrinken wir jetzt hier. Okay, nein. Wow, das war ja echt ziemlich so viel Wasser. Was ja jetzt rauskam. Wo kam das denn her? Können wir doch mal nachschauen. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt funktioniert auch dieses Müllrad. Und wir können dann hier helfen. Und da drüben ist noch ein... Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Da ist ja so ein... ...Brett. Hm, dieses Floß. Na, das Floß. Huch. Noch mehr Pfeile. Wo können wir das denn jetzt hinbringen? Da müssen wir ja echt vorsichtig sein. Kannst du das mal fallen lassen? Es ist noch Öl in diesen Fässern. Ah, okay. Okay. Hey. Ich nimm das mal mit. So, können wir das jetzt irgendwie... Ich kann das werfen. Hoffentlich explodiert es dann nicht. Okay, das hat funktioniert. Ach, Lara. Lara, Lara, Lara. Jetzt müssen wir warten, bis es wieder zurückgeht. Okay. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Wo denn durchschwimmen? Was ist eigentlich hier? Hier stehen ganz schön viele von den Behältern. Deswegen war ich gerade... ... fast irritiert. Ah. Ja, sonst nichts. Ah. Oh, wie sie sich das Wasser aus den Haaren macht. Toll. Ah. Nochmal Zeug. Die können wir doch kaputt machen. Okay. Da müssen wir aber nicht lang, glaube ich. Oder hier? Nee, auch nicht. Hier ist auch noch wieder was. Das müsste mehr als Griechisches zum Lesen für euch. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder sorry für die kleine Unterbrechung. Oh, das ist gerade sehr weit auf dem Headset. Ich habe das Gefühl, ich schreie euch an. Ähm, und jetzt? Wir brauchen... Oh, na toll. Toll. Wir brauchen so ein... ...Benzinkanester. Okay, nochmal zurück. Toll. Hätte ich das vorher gewusst? Hätte ich den ja direkt mitgenommen. Können wir überhaupt mit dem schwimmen? Naja, das werden wir jetzt rausfinden. Hey! Hey! Ist der jetzt weg? Hätten sich, ich könnte ihn nicht mit dem schwimmen. Ja, wie soll das Ding jetzt gehen? Und ich muss doch auf jeden Fall hier noch mehr Wasser rein machen. Lass den doch nicht immer fallen, Mädchen. Tauchen kann sie auch nicht. Hallo? Ist nicht... Lass den jetzt nochmal untertauchen. Oh. Ich glaube, der Kanister ist verloren. Hm. Und jetzt? Habe ich hier bestimmt irgendwo was übersehen. Hm. Die Musik ist ja spannend. Ich kann da ja jetzt hin, aber das bringt mir ja gar nichts. Oh. Irgendwo was? Wenn ich hier einen reinwerfen könnte, ne? Das wär's doch. Aber vermutlich kann sie nicht so super weit und super präzise werfen. Ich kann schon gar nochmal hier... Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Ja, danke, dass du meine Gedanken nochmal so gut zusammengefasst hast. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ich probiere das jetzt mal mit dem Rüberwerfen hier in diese Wucht hinein. Und ich habe jetzt noch genug Kanister. Ah, sie spawnen neu. Das ist ja sehr praktisch. Nicht so ganz hier. Nee, ne? Aber vielleicht probieren wir es einfach nochmal. Das hier drauf zu werfen. Äh, ich mach das mal noch von oben wieder. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wie soll das denn gehen jetzt? Ich bin echt... ...werb sehr überfordert damit. Okay. Jetzt hat es auf einmal weit... Ich bin ein bisschen näher rangegangen. Daran wird es wahrscheinlich... Oh. Ja, das hat geklappt. Kann das funktionieren? Also, dass das jetzt tatsächlich so funktioniert, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Aber gut. Ja! Oh, jetzt dreht sich hier auch noch was. Okay. Okay. Sehr cool. Damit haben wir das nächste Rätsel gelöst. Ich würde sagen, damit mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Wir hören uns dann in der Morgenfolge wieder. Bis dann! Tschüss.